Guten Tag, meine Damen und Herren, wir haben heute Dr. Roland Dankwart zu Gast. Herr Dankwart ist medizinischer Direktor der Asklepios Kliniken und da unter anderem auch für die Patientensicherheit zuständig, das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen. Guten Tag. Guten Tag, Herr Schmidt. Herr Dankwart, wenn man Patientensicherheit hört und liest, dass das das oberste Ziel einer Klinik ist, dann fragt man sich, ist das nicht eigentlich selbstverständlich? Ja, also Patientensicherheit ist selbstverständlich, so ist zumindest unsere Wahrnehmung. Wir haben einfach nur festgestellt, dass das Leben der Patientensicherheit einfach unterschiedlich ausgeprägt ist. Das hängt von der Klinik, von der Situation, von der Wertstellung auch dieses Themas innerhalb der Führung und der Mitarbeiter ab und wir sehen, dass dieses Thema insgesamt sehr unterschiedlich gelebt wird. Wichtig ist, dass man es als Führungsthema erkennt, als wichtigstes Thema für einen Krankenhausbetreiber auch formuliert und entsprechend daran arbeitet. Kann ich es denn überhaupt schaffen, über mehrere Kliniken hinweg einen einheitlichen Standard zu etablieren? Oh, das ist sehr gut möglich. Wichtig ist, dass Sie es an einer Klinik sehr erfolgreich einführen oder beginnen. Entscheidend ist dafür, dass Sie sehr konsequent vorgehen, dass Sie das Thema Risikoanalyse, Risikobewertung und am Ende Risikosteuerung mit Erneuerung des Prozesses, der zu dem beinahe Schaden oder Fehler geführt hat, dass Sie das konsequent vorgehen. Und wenn Sie es schaffen, in den Köpfen der Beteiligten dieses Thema in den Mittelpunkt zu stellen, dann haben Sie sogar sehr zufriedene Mitarbeiter, die dieses System sehr schätzen. Und dann können Sie natürlich sagen, solch ein sehr erfolgreiches System, wie wir es unter anderem mit CIRS haben, mit über 3600 Meldungen, die bisher dort eingetroffen sind, das können Sie dann auch an anderen Plätzen, andere Kliniken genauso erfolgreich umsetzen. Sie haben gerade die Mitarbeiter und die Meldungen erwähnt. Kann man denn Mitarbeiter überhaupt dafür gewinnen, da mitzumachen? Ja, das ist ein sehr positiver Effekt. Wir haben sehr zufriedene Mitarbeiter, weil die Mitarbeiter erkennen, dass sie den Prozess der Patientensicherheit aktiv mitgestalten können, dass sie sehen auf ihre Meldungen, zum Beispiel im CIRS-System, das ist ein Meldesystem von beinahe Fehlern und beinahe Schäden, dass daraufhin es zu einer, dass auf ihre Meldung hin Prozesse verändert werden, Strukturen verändert werden und sie damit aktiv an der Veränderung und Gestaltung ihres Arbeitsplatzes im Sinne der Patientensicherheit mit beteiligen können. Und das nehmen die Mitarbeiter sehr positiv wahr und sind deswegen in den Einrichtungen, in denen wir tätig sind, sehr motiviert. Hat das auch was mit der Ausbildung zu tun? Ja, Sie müssen sehr früh anfangen, die Patientensicherheit in den Mittelpunkt zu stellen. Das wird in vielen Studiengängen und in der Ausbildung eigentlich häufig nicht gemacht. Asklebius, als größter Ausbilder im Pflegeberufbereich, hat dies in sein Curriculum aufgenommen, in seine Ausbildung, nimmt dort spezielle Ausbildungsinhalte in die Ausbildung ihrer Pflegenden. Und hat auch im Bereich der Asklebius Medical School, also auch im Bereich der ärztlichen Ausbildung, dies als einen wesentlichen Ausbildungspunkt implementiert und umgesetzt. Das klingt ja schon nach ziemlich viel Erfahrung. Was würden Sie sagen, sind die drei besten Maßnahmen, die man heutzutage als Klinik im Bereich der Patientensicherheit ergreifen kann? Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass es sehr wichtig ist, eine Fehlerkultur, das heißt also eine Gruppe zu installieren in der Klinik, die sich mit dem Thema der Fehlerkultur und der Patientensicherheit und dem klinischen Risikomanagement beschäftigt. Und diese Gruppen haben in dem Thema der Audits, also das heißt, es werden ganz gezielt Befragungen und Analysen von Arbeitsplätzen, Strukturen und Prozessen ganz zielgerichtet durchgeführt. Ein sehr, sehr wertvolles Instrument, auf das man direkt durch Verbesserung des entsprechenden Prozesses und der Struktur eine Veränderung schaffen kann. Was auch sehr hilfreich ist, war zum Beispiel bei uns die Umsetzung der Vorgaben des Aktionsbündnisses Patientensicherheit zum Thema OP-Sicherheit. Wir machen vor den Operationen ein Team-Timeout, das muss man sich vorstellen. Alle Beteiligten im OP, Operateur, OP-Schwester und auch Anästhesist unterbrechen ihren Vorgang. Der Patient wird identifiziert, es wird festgelegt, welche Seite operiert wird. Das wird nochmal überprüft, ist das Kreuz, die Markierung an der richtigen Stelle und es werden die Tupfer nochmal gezählt, es werden die Kompressen, wie auch am Ende der Operation übrigens nochmal, alle Tupfer gezählt werden, alle Nadeln explizit gezählt werden und auch nochmal offiziell bestätigt in den Raum gebracht werden. Damit haben wir ein weiteres Instrument, um sehr gut an Beinahe-Fehlern oder Beinahe-Schäden zu arbeiten. Wir selber schätzen auch sehr das CIRS, Critical Incidence Reporting System, heißt ein System, bei dem Mitarbeiter anonymisiert Fehler oder Beinahe-Schäden melden können und daraufhin diese Kommission, die ich eingangs erwähnt habe, sich an die Aufarbeitung dieses Fehlers und die Verbesserung von Prozessen und Strukturen macht. Also man sollte heutzutage ja erwarten, wo es immer mehr um Leistungsgesellschaft geht, dass Mitarbeiter vielleicht davor zurückschrecken, Fehler zu melden. Aber Sie haben eben gesagt, bei dem CIRS kann man sich anonym als Mitarbeiter melden und Fehler oder Beinahe-Fehler weitergeben. Ja, Sie müssen Straffreiheit und natürlich Sanktionsfreiheit garantieren, sonst funktioniert solch ein System nicht. Die Hürde bzw. muss sehr niedrig gelegt werden und es muss klar sein, die Patientensicherheit steht im Vordergrund. Nicht, dass wer diesen Fehler gemacht hat, weil das ist am Ende bedeutungslos, sondern eigentlich ist bedeutungsvoll nur das Wie, wie können wir diesen Fehler vermeiden und das Was, was müssen wir tun und dauerhaft tun, damit solch ein Fehler oder ein Beinahe-Schaden nicht wieder passiert. Und das kann man sehr gut mit dieser Anonymisierung der Meldungen. Die Mitarbeiter haben die Chance, diese anonymisiert. Das wird auch nicht missbraucht. Wir hatten am Anfang auch die Befürchtung, dass es zum Missbrauch führen würde. Das ist aber ganz im Gegenteil nicht der Fall, sondern wir können das sehr, sehr gut anonymisieren. Auch Meldungen, die mal versehentlich nicht anonym gemeldet werden, werden im System vor Weitergabe anonymisiert und das hat uns einen sehr großen Erfolg beschert. Wenn man all diese Prozesse anschaut und auf der anderen Seite vergleicht, dass die Medien immer wieder den Verdacht streuen, dass Fehler in Kliniken womöglich unter den Teppich gekehrt werden sollen, dann würde man ja zu dem Schluss kommen, dass es bei uns gar nicht möglich ist, einen Fehler unter den Teppich zu kehren, weil man ja immerhin davon ausgehen muss, dass einer der Mitarbeiter das anonym melden kann. Also wir bei, ich kann ja nur für Asklebes sprechen, aber wir setzen uns mit jedem eingetretenen Schadensfall, so selten er auch sein muss, auseinander. Wir gehen jeder Komplikation nach im Rahmen eines internen Dialoges. Das ist ein Dialog zwischen den Chefärzten und den Medizinern und Pflegenden und einer Fachgruppe, die das bewertet. Und von daher kann man sehr wohl sagen, dass wir, wenn diese seltenen Schäden auftreten, dass wir auch jedem Schaden nachgehen. Das heißt also, bei uns wird ja keineswegs unter den Tisch gekehrt, sondern wir nutzen diese Fallanalysen, heißen die bei uns, ganz, ganz produktiv und versuchen, alles Mögliche zu tun, damit es nicht mehr geschieht. Also es ist eigentlich genau das Gegenteil. Wir wollen auch neben den beinahe Schäden und den Fehlern auch aus den wenigen Schadensfällen, die wir haben, eine Lehre ziehen. Man liest ja manchmal von einer hohen Arbeitsbelastung und damit einhergehend auch einem steigenden Fehlerquote. Wie muss man sich diesen Aspekten nähern, wenn man darüber reden will? Gerade in Bereichen, wo wir auch durch das Fach eine sehr hohe Arbeitsbelastung haben, arbeiten häufig Menschen verschiedener Berufsgruppen sehr intensiv zusammen. Und gerade dort ist es erforderlich, dass wir die Prozesse und Strukturen, die Kommunikation, den organisatorisch, aber auch manchmal baulichen Teil, verbessern und versuchen, so zu gestalten, dass wir ein Minimum an Fehlern oder beinahe Schäden in diesen Bereichen haben. Wenn wir das schaffen, dann haben wir gerade in diesen Bereichen, wo mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eines Fehlers zu rechnen ist, einen sehr wesentlichen Beitrag geleistet und vielleicht sogar dort einen wichtigeren Beitrag als in Bereichen, in denen wir nicht so eine hohe Arbeitsbelastung oder Verdichtung haben. Was kann ich eigentlich als Patient tun, wenn ich bei meiner eigenen Sicherheit mithelfen will oder wenn ich glaube, dass es zu einem Fehler gekommen ist? Wir fordern unsere Patienten auf, sich aktiv an ihrer Sicherheit zu beteiligen. Wir haben einen Flyer, der in jeder Klinik aus dem Patienten ausgehändigt wird. Dort kann er sehen, was für Maßnahmen zu seiner Sicherheit ergriffen werden. Wir müssen dem Patienten teilweise auch erklären, warum wird er auf den OP viermal nach seinem Namen gefragt. Das ist aus Sicherheitsgründen, um ganz sicher zu sein, dass Herr Schmidt auch Herr Schmidt ist und dass die Seite, die wir operieren, die Plan der Operation, auch der Operation entspricht. Und in dieser Information wird der Patient auch aufgefordert, mögliche Fehler oder sofort anzusprechen gegenüber dem Personal. Unser Personal ist auch geschult darin, diese Fehler anzunehmen und auch zu behandeln. Und sollte es mal dazu kommen, dass ein Patient darüber hinaus wirklich sagt, ich habe hier ein Thema, haben wir ein Beschwerdemanagement. Dort wird jedem Hinweis und jeder Anzeige im Grunde genommen nachgegangen und es erfolgt daraufhin ein ausgiebiges Maßnahmenmanagement. Herr Dankwart, das sind ja eine ganze Vielzahl, das ist ja ein richtiger Strauß von Maßnahmen. Aber woran sehen wir denn dann eigentlich, ob das dann auch was bringt und wie wir im Vergleich mit anderen Kliniken oder anderen Trägern dastehen? Ja, die Messung unserer Ergebnisse und auch die zentrale Auswertung ist natürlich ein Vorteil einer Kliniksgruppe, weil wir kriegen im Moment aus 32 Einrichtungen Meldungen. Die ZIRS-Meldungen werden zentral ausgewertet und es werden dort auch Veränderungen der Prozesse dann in alle 32 Einrichtungen zurückgespielt. Das heißt also, ein Fehler, der einmal in einem Asklevioshaus passiert, den kann man in anderen Häusern vermeiden, dadurch, dass wir Prozessanpassungen oder Strukturveränderungen an die Häuser ganz gezielt aus diesen Messungen hervorgeben. Wie weit wir sind mit der Umsetzung, das sehen wir sehr schön, weil wir messen unsere Umsetzung, wir messen unsere Ergebnisse, wir bilden diese auch transparent ab in einem Qualitätsranking-Portal, qualitätskliniken.de, wo eine der vier Dimensionen sich speziell mit dem Thema Patientensicherheit auseinandersetzt und wir sehen, dass wir dort nicht nur die Mindestanforderungen erfüllen, sondern auch deutlich überschreiten. Das ist für uns ein sicherer Hinweis, neben den 3000 verwertbaren ZIRS-Meldungen, die wir bisher erhalten haben, die ja auch ein Beleg dafür sind, dass das System insgesamt sehr rege genutzt wird und auch seinen Stellenwert erfüllt. Das bedeutet ja aber, wenn ich jetzt ein Krankenhaus bin, das nicht Bestandteil einer Klinikkette ist, dann habe ich ja im Prinzip keine Schwesterhäuser und kann von deren Lernprozess gar nicht profitieren. Und umgekehrt hat da eine Askleviosklinik dann einen Vorteil? Ja, also das muss man ganz klar sagen. Das Haus kann für sich natürlich sehr gut mit dem Thema umgehen, das Einzelhaus. Aber den Mehrwert, den einen Fehler, der einmal in einer Askleviosklinik gemacht wurde, den können wir natürlich in allen anderen Kliniken so weit vermeiden, indem wir natürlich die Vorsorge, die wir für die Vermeidung dieses Fehlers getragen haben, auch in anderen Häusern einführen lassen. Damit haben wir natürlich einen Vorteil, der ist, glaube ich, unumstritten. Vielen Dank, Herr Dr. Dankwart. Gerne, Herr Schmidt. Liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mehr zum Thema Patientensicherheit finden Sie im Internet unter www.asklevios.com oder aber auf dem YouTube-Kanal der Asklevioskliniken. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Vielen Dank.